Alle bereit? Jawohl, Christopher gibt eigentlich den Einsatz. 20 von über 100 Schülerinnen und Schülern aus der Unterstufe der Ballettakademie tanzen hier eine Choreografie ihrer Direktorin, Christiana Stefanou, eine Griechin. Kinder sind ja immer wieder bei der Eröffnung dabei, aber diesmal wurde der Fokus wirklich auf die Unterstufe gelegt. Und Christopher nimmt es mit 19 jungen Damen auf. Mich beeindruckt das Selbstbewusstsein dieser jungen Künstlerinnen und Künstler. Die sagen alle, ich gehöre hierher vor Publikum aufs Paket. Und wenn ihr das Appetit macht, die Ballettakademie ist am 1. Mai in einer eigenen Martiné in der Wiener Staatsoper zu bewundern. Musik Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase. Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase. Musik Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase. Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase. Musik Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase. Das ist ein Ende der Handkuss mit der Nase.